Nacht Meine eigene Mutter, ganz Schwester der ehebrecherischen Helena, hat mich aus dem Haus geworfen, um ihrem neuen Ehemann zu willen zu sein und ihm neue Kinder zu schenken und mich und der Restes zu weisen zu machen. Was sollen wir tun? Sollen wir wirklich unsere Mutter umbringen? Bekommt dich jetzt etwa Mitleid? Wirst du uns mitnehmen? Wirst du vielleicht weich? Gott, wie kann ich denn die töten, die mich geboren hat und gestillt? So, wie sie den getötet hat, der dein Vater war und meiner. Oh Gott. Ich bin mein Vater, dass ich nie z Assim beschrieben habe. Es ist nur ein Uzbek. aber ich habe ein Interaktionsum. Ich bin der König, und ich bin der erinnahend. Ich bin der, ich bin der Mann, den König der König der König. Ich bin der König der König und ich bin der König. Ich bin der König. Ich bin der König. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020